Welcome up Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT hilft GGMBH. Einwanderung für Menschen der Europäischen Union nach Deutschland. Als Einwohner der Europäischen Union haben Sie sehr viele Möglichkeiten in Deutschland einzureisen und langfristig hier zu bleiben. Das Reisen innerhalb der EU ist für EU-Bürger problemlos möglich und gestattet. EU-Bürger weisen sich durch Ausweisdokumente aus. Diese Dokumente müssen gültig und jederzeit vorzeigbar sein. Das Studieren an Universitäten ist innerhalb der EU für alle Bürger der Europäischen Union gestattet, wenn sie dazu die Voraussetzungen erfüllen und einen Studienplatz im Zielland nachweisen können. Die Universitäten helfen bei E-Matrikulation und deren Prüfung weiter. Viele Städte betreiben hierfür Welcome Center. Für den internationalen Studentenaustausch gibt es viele Programme. Das Arbeiten innerhalb der EU ist für EU-Bürger überall möglich. Sie müssen allerdings einen Arbeitsplatz vorweisen, bevor sie sich in Deutschland dauerhaft niederlassen. Für deutsche Bürger gibt es vom Staat viel Unterstützungen. Einen Anspruch auf Sozialleistungen haben auch Bürger der EU, die in Deutschland gearbeitet haben. Hilfe zum Arbeiten in Deutschland bieten in Städten die Jobcenter der ARGE. Sie bieten Informationen zu dauerhafter und auch Saisonarbeit. Urlaub innerhalb der EU kann jeder EU-Bürger überall machen. Manchmal ist aber die maximale Dauer beschränkt und man benötigt zusätzliche Dokumente. All das ist unter dem Begriff der Freizügigkeit für EU-Bürger Artikel 45, in Bezug auf Wohnen, Arbeiten und Aufhalten zusammengefasst. Zusammengefasst 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 Untertitelung des ZDF, 2020